hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge so ja wollte ich auch schon lange tun beenden jetzt mal die farben jetzt haben es lang genug so auffällig gehabt so rumpf ja streifen ich hätte gerne probieren wir mal so und in ein sanftes gelb so naja probieren wir mal ok wir machen auch die streifen in so einem sanften gelb genau ein wenig richtung neongieren doch ja so im frachtraum aber einiges dabei habe ich hier schon etwas vorbereitet hier haben auch etwas vorbereitet ich möchte in der base unten ein wenig an pflanzen anbauen noch was mitnehmen dankeschön platzen haben wir nicht das noch mit jawohl so platz haben wir da keine mehr doch hammer so was könnte man noch mitnehmen da habe ich noch eine kartoffel aus ja ist mir eigentlich fast zu gehen was ist wenn es genau umdrehen so grünlich schaut das wir lassen sie jetzt mal so ja so und am hinweg ja 1000 1730 ich würde gerne die sachen runterbringen dann anbauen also im pflanzpötter sachen hinein tun und dann vielleicht noch etwas nickel farmen und dann überlegen uns gemeinsam wie wir am besten den mr krabs runterbringen ja das machen wir dann noch aber wir werden sie wir werden sie neue nachricht haben noch keine bekommen so also neue nachricht im kommunikator kein weiterer funkspruch im moment noch da bedauerlich niemand ruft uns an aber das wird aber das wird so 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 ja vielleicht ändern aber jetzt haben wir lang genug das rosa gehabt so wir schauen noch kurz mal ins inventar okay wir haben platz für ein teil noch da 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 ist gut die da ist gut die da ist gut so so ein kleiner blüht zweit fahrer vorbei dann runter zu kapsel 2 bin schon sehr aufgeregt des lost rivers wegen ja und habe ich nicht vergessen wir wollten noch labor weiter bauen und plakate aufhängen und so weiter das werden wir natürlich alles noch machen ich gebe nur zu ich möchte jetzt ein bisschen im lost river ein paar sachen machen sachen machen dinge tun 93 will ich reparieren will ich reparieren ich weiß es nicht da wäre so viel glas und glas da hätte man spaß so hier wieder runter Richtung kapsel 2 so viel quaz so viel quaz so viel quaz das könnte alles zu herrlichen fenstern warum so ich weiß gar nicht ob ich das alles so will ja da teleportiert ja wer so da unten ist sie so viel quaz hier bin ich aus der richtung gekommen mhm da naja jeden das seine er teleportiert halt gern so viel quaz da werden wir uns nachher quaz holen und ein paar fensterchen einbauen glaube ich das hat sich gerade etwas gruselig angehört da ist die da sind wir gleich unten. Beim Rückweg könnt ihr, ich weiß gar nicht wie viel Schwefel, wie viel Nickel uns noch fehlt, auch ein wenig Nickel mitnehmen. Werden wir den Weg nehmen, auch für Mr. Krabs? Ich glaube aber schon. So. Ja, ja. Ja, ja, wir sind gleich da. So, im Moment haben wir da drinnen ja einen Bioreaktor. Ist ja gut, Bioreaktor. Finde ich in Ordnung. So, vielleicht mal hier. Fertig reparieren. So, Platz haben wir keinen dafür, aber... Vielen lieben Dank. So, vielleicht können wir das Teil hier bauen. Ist schon mal gut. Ob wir es brauchen oder nicht, sagt uns dann das Licht. So, ich würde gerne ein bisschen Titan nehmen. So, Pflanzspot. So, was können wir da reingehen? Wie wäre es mit dem hier? Dann Pflanzspot. Okay, fehlt ein bisschen Titan. Das ist von draußen. Machen wir das mal fertig. So, da wächst der. Dann setzen wir hier ihn hier ein. Dann machen wir noch einen Pot. So, und da kommt die Kartöffel rein. So, wer haben wir tatsächlich? Nein! Verdammt! Müssen wir das über einen Pot lösen? Ja. Haben wir überhaupt noch so viel Titan in der Tasche? Nö! Doch, gleich! So, super! So, dann müssen wir das über einen Pot machen. Okay. So, Behälter wechseln. Dankeschön. Mit dem Messerchen. Jetzt haben wir die Samen. Eins, zwei und drei. Super! So, wie sieht es hier drinnen aus? Fast super! Ja komm, mach das! So, jetzt gehen wir noch einmal nach drunten in unseren Outdoor Garden hier. Der ist ja auch besonders. Der ist was ganz besonderes. So, machen wir den hier mal. So, einsetzen. Zwei würden uns noch fehlen. So, und einer noch. So, jetzt ist das Beet voll. Den Rest können wir schon einsetzen. Haben wir da jetzt noch was drin? Ich glaube nicht. Nö! Super! Also, herrlich. Dann mal hier rein. Und eigentlich könnten wir essen, wenn wir wollen. Wenn wir wollen. Die Frage ist, wollen wir das? So. Ja. So. 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 oder alles mal so Schauen wir mal, ja, schauen wir mal, so, wir docken mal an, ja, vielen Dank. So, alles gut, da haben wir ja nichts mehr drinnen, den können wir theoretisch auflösen, machen wir es mal, für ein bisschen Rückgewinnung, so, wie sieht es da drinnen aus, super sieht es da drinnen aus, so, ob die Samen da drinnen bleiben oder nicht, ich weiß es nicht, ist aber auch egal, so, dann würde ich sagen, das trinke ich mal, das bleibt da, das bleibt da, ach komm, wir lassen die Ressourcen, oder, nehmen wir die mit, komm, wir nehmen uns mit, egal, müssen wir da unten welche suchen, es ist mal zu grünlich, ah, an der Seite, oder oder, wir nennen es Gold, dann passt sie auch wieder, so, ja, das ist gut, okay, ich würde mal sagen, ich würde so gerne jetzt ein wenig erkunden, aber es ist natürlich schon etwas gefährlich, gefährlich, ich würde so gerne ein wenig rumfahren und so, hier schon schön, ah, Rutspruch bekommen, super, ja, dann sollte man aber zurückkehren auch. Ja, wir müssen, wir müssen zurückkehren, wir müssen zurückkehren, wir müssen zurückkehren, hilft ja nix. Aber cool. Also Plan wäre natürlich, dass man da anstelle des Bioreaktors, oder zusätzlich zum Bioreaktor, ist völlig egal, einen Wärmereaktor aufstellen, hier in der Nähe irgendwo, ist ja eigentlich überall nah genug. So, und dann ein paar Fenster einbauen, und schon wird's wohnlich. Schauen wir mal, ist natürlich überhaupt nicht notwendig, dass wir die Base da unten so richtig ausbauen, aber vielleicht wäre es schön, vielleicht gefiele uns das. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Auf der Seite sind wir noch nicht zurückgereist. Schauen wir mal, vielleicht findet man da was Lustiges noch. Ein Nickel haben wir ja schon gefunden. Diamanten wären ganz gut. Da haben wir auch. Noch ein Nickel. Habe ich ganz gern. Ich weiß jetzt nicht, ich kann es nicht mal ansatzweise abschätzen, wie viel Nickel wir brauchen werden. So, aber wenn da welches rumliegt, soll man es nehmen. So, ich will nur einem Dicken nicht begegnen. Da wäre nochmal eins. Wir holen uns das auch gleich. Super. Dann tue ich ihn schon. Au. Au. Ach ja. Da wäre noch eins, aber ich kann jetzt gerade nicht aussteigen. So. Vielleicht ein bisschen weiter vorne, wenn wir noch 1, 2, 3, 6 Nickel finden. Au. Die Geräusche. Ich glaube, der ist direkt hinter uns. Uah. Au, 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 au. Au, 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 au. Au, 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 au. Na, jetzt lass uns hier raus. Ah. Oh. Oh. Ha, ho, 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 ho. Ha, ho, 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 ho. Hm. Okay. Hat die Lust verloren. Wir machen mal den hier. Nee. Wer schaut um das ganze Nickel? Drei, das mal bei uns. So. Hui. Eine Höhle. Hätte er uns nicht gejagt, hätte er die Höhle nicht gefunden. Super. So. Meine Lieben. Schau mal hinein. Schau mal hinein. Ich würde echt gerne rein. Wir brauchen nicht mal einen Scheinwerfer. Ich hoffe, das Ding steht noch da. Wow. Oh. 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 Tja. Okay. So, von hier aus werden wir es aber nicht aktivieren können. So, meine Lieben. Ich muss die Folge jetzt schon beenden. Wir sehen uns wieder in der nächsten. Bis dann. Tschüss.